Hey, was geht's? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit einem Video, was häufig verlangt wurde oder von vielen von euch verlangt wurde, beziehungsweise wo ich häufig drum gebeten wurde. Es geht um die größten Steals im Draft 2019. Ich habe ein Video gemacht zu den besten Draft-Klasses und ich habe da gesagt, ah, vielleicht die schlechtesten Classes weglassen, größten Steals, größten Reaches, sowas kann man immer machen. Definition Steal, eigentlich logischerweise vom Englischen zu Steal etwas stehlen, heißt jemanden vielleicht abgreifen, der schon viel früher hätte gehen sollen. Es ist jetzt nicht wirklich der beste bildliche Vergleich von den ganzen schönen Sachen, die man da so hat im Sprachgebrauch, im Englischen, aber man versteht ein bisschen, wo es herkommt. Also jemand, der vom Talente her früher hätte gehen können, gehen sollen in meinen Augen, der dann später abgegriffen wurde von einem Team, also überwert. Wenn man jetzt jemanden mit einer First-Round-Note hat und dann kriegt man den in der zweiten oder dritten zum Beispiel. Das ist ein Steal. Ein Reach heißt nach etwas reichen, das wäre das Gegenteil davon. Das heißt, wenn man jemanden vielleicht später hätte kriegen können und den Ticken zu früh nimmt vom Value her. Aber heute geht es ja nur um die Steals. Ich habe mich schwer getan damit, die runterzuschrauben, weil ich so viele Steals habe im Draft. Also wenn ich wen nicht erwähne in dem Video, dann kann es gut sein, dass ich trotzdem denke, dass es ein Steal ist. Also lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was für euch Steals sind, die ich in dem Video jetzt hier nicht erwähnen werde. Also grundsätzlich undrafted Free Agents habe ich rausgelassen hier und die erste Runde habe ich auch nicht angeguckt. Das heißt, selbst Leute wie Josh Allen, Ed Oliver, Dwayne Haskins, die man theoretisch als Stil bezeichnen könnte, hier nicht drin. Byron Murphy war ganz am Anfang der zweiten Runde. Auch das für mich ein winziger Stil, aber solche Leute sind halt hier erstmal nicht drin. Denn es sind die größten Steals für mich. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und habe für jeden hier eine Grafik erstellt. Ihr seht, der erste, das ist Greedy Williams. Der war, als ich das Video über die Cornerbacks gemacht habe, mein Nummer 1 Cornerback Prospect und dann zum Zeitpunkt des Drafts war mein Nummer 2 Cornerback Prospect. Und er ist trotzdem erst in Runde 2 auf Pick 46 weggegangen zu den Browns. Die Browns hatten ja keinen First Round Pick, aber für viele Leute haben sie es geschafft, aus welchem Grund auch immer Greedy Williams gefallen ist, trotzdem noch einen First Rounder vom Talent her zu kriegen. Wie gesagt, man wird noch rauskriegen, warum Greedy Williams so gefallen ist. Es kann unterschiedlichste Gründe haben. Wenn ich bei den ganzen Stils heute einen Grund im Kopf habe, dann sage ich denen natürlich, bei Greedy könnte es wirklich das mangelnde Tackling sein. Also nicht mangelnd, das ist schwer gesagt, aber das schlechte Tackling. Manchmal sieht er nicht ganz willig aus, manchmal sieht er willig aus und verpasst trotzdem Tackle. Tacklen ist verdammt wichtig in der NFL, aber allein vom Covern her ist er definitiv einer der besten Cornerbacks in diesem Draft. Und wenn du jetzt ihn auf der einen Seite hast und Denzel Ward auf der anderen Seite, also das ist böse, die Defense hat einen direkten Starter gekriegt und ist sofort um einiges besser geworden in meinen Augen. Deswegen absoluter Stil für die Browns. Der zweite Stil ist auch in Runde 2 Pick 60 Nassir Adelaide zu den Chargers. Der war, ich glaube in meinem Video, aber zum Draftzeitpunkt definitiv, mein Nummer 1 Safety auf dem Board. Da gab es ein paar, die noch so rumgewirbelt sind, also bei Safety war ich mir 2 bis 6 oder so wirklich am unsichersten. Aber Nassir Adelaide war für mich immer ganz weit oben, plus der passt halt perfekt in das System bei den Chargers, plus er ergänzt sich super mit Darwin James. Das heißt, du kannst Darwin James Underline of Scrimmage haben in der Box, wo er viele verschiedene Sachen machen kann. Blitz, Man-Coverage, Zone, Quarterback, Spy, alles kann er da machen. Du kannst den anderen Line haben, du kannst ihn, wie gesagt, hinter bei den Linebackern haben in der Box. Und Nassir Adelaide kann so ein bisschen die tiefe Mitte des Feldes machen. Frage ist, ob er direkt spielen wird. Ich würde es mir wünschen, natürlich können da immer mal ein paar Rookie-Mistakes drin sein, aber ich denke, als Ballhawk in der tiefen Mitte, in einem Cover-3-artigen System, würde er mir schon richtig, richtig gut gefallen. Safeties, Chargers haben ja letztes Jahr gegen die Ravens war das, glaube ich, zum Beispiel mit durchgehend fast 4, 5 Safeties gespielt, defensiv. Also auch das ein definitiv krasser Pick für mich. Ich habe gedacht, der ist an der Grenze Runde 1 zu 2 und dann kommt der fast am Ende der Runde 2. Wo wir über Ende der Runde 2 sprechen, DK Metcalf. Diesmal habe ich den richtigen da unten, ich glaube da unten. Einmal hatte ich ja schon in der Mock-Draft, glaube ich, ein Bild von AJ Brown genommen. Diesmal ist es wirklich DK Metcalf. Letzter Pick der zweiten Runde, die Seahawks haben dazu geschlagen. Und das ist ein wesentlicher Aspekt definitiv, wenn es um Steals geht für mich. Wenn jemand noch dazu, zu dem guten Value, und dass man ihn später kriegt, als er eigentlich meiner Meinung nach hätte gehen sollen, in ein perfektes System kommt. Ich habe schon in den Draft-Noten gesagt, dass das für mich eventuell der beste schematische Fit ist, zumindest offensiv, den es in diesem Draft gab. DK Metcalf zu den Seahawks, in diesem vertikalen System, zu dem vielleicht besten Deep-Ball-Passer der Liga mit Russell Wilson. Das wird super. Und noch dazu, manche Leute sagen, oh ja, aber seine Agilität, er kann keine Cuts machen. Es ist Quatsch, er hat für die Größe absolut leichte Füße. Wenn du ihn jetzt vergleichst mit einem Curtis Samuel zum Beispiel, oder was weiß ich, mit einem Calvin Ridley. Mit irgendjemandem mit richtig schnellen Füßen, der auch eher kleiner oder leichter ist zumindest. Natürlich kann er dagegen nichts machen mit den Cuts und mit dem Route-Running, aber für seine Größe, für sein Gewicht, für die Geschwindigkeit, in der er auch rumläuft, ist das definitiv stark. Wie gesagt, er wird hauptsächlich vertikale Sachen machen, aber auch da gibt es viele verschiedene Sachen. Es ist ja nicht einfach straight go, alles was vertikal ist. Also das ist ein unglaublich guter Scheme-Fit und ich glaube, die Seahawks konnten da ihr Glück nicht fassen, als sie ihn Ende zweiter Runde noch gekriegt haben. Chase Winowich ist von Michigan gegangen zu den Patriots Runde 3,77 insgesamt. Das war für mich eigentlich ein Second-Round-Lock, da war ich verwundert, dass er danach noch auf dem Board war. Auch hier denke ich, das ist ein ziemlich guter Scheme-Fit. Ich denke, der kann direkt in der Rotation drin sein, kann direkt sogar vielleicht eine relativ große Rolle einnehmen. Stabiler Run-Verteidiger, akzeptabler Pass-Rush, aber einfach als insgesamter Prospekt, kann relativ viel machen von der Position und viel auf einem hohen Level. Es gab gerade jetzt zum Draft hin immer mehr Leute, die gesagt haben, wenn ich mir Michigan-Tape angeguckt habe für Rashawn Gary, dann war Chase Winowich da eigentlich häufiger am Start mit guten Plays als Gary. Also vielleicht hat man da einfach ein bisschen unterschätzt, während man das Tape guckt, was Winowich für ein Athlet ist, was er für Potenzial hat. Dann hat er beim Combine und beim Pro Day oder nur beim Combine halt auch schon, hätte gereicht, gezeigt, dass er ein super Athlet ist. Halt nicht in dieser Top-Top-Top-Gruppe jetzt mit einem Montez Sweat und einem Brian Burns zum Beispiel, aber relativ direkt in der Gruppe darunter. Und ich glaube, das wurde beim Tape immer ein bisschen unterschätzt und hat dann nach dem Combine nicht genug Zeit gegeben, um uns wirklich den Hype ins Rollen zu bringen. Deswegen definitiv ein Stil für mich. Nächster Stil, Runde 4-Pick-105. Leider dieser blöde lange Name schon wieder auf dem Screen. Leider die blöde Gators-Uniform hier auf dem Screen. Johnson Gardner-Johnson war am Ende beim Draft mit Nummer 3 Safety auf dem Board. Und da war ich wirklich entsetzt, klingt jetzt so überdramatisch, aber ich war sehr, sehr verblüfft, dass der nach Tag 2 noch da war. Als der dann in den dritten Tag ging, ich habe so geguckt, wer ist noch verfügbar. Ich meinte, ah, Johnson Gardner-Johnson wurde noch nicht gepickt. Was ist hier los? Gerade für die Saints auch da wieder. Schematisch bin ich mir nicht sicher, wie er reinpasst, aber einfach vom Need her. Super. Wenn du einen Stil kriegst, der noch dazu einen großen Need von einem abdeckt, dann ist es quasi der perfekte Pick. So, die Secondary der Saints sowieso angreifbar. Marcus Williams hatte ein gutes Jahr, dann so ein durchwachsenes Jahr. Ich denke, er kann noch besser werden. Du hast natürlich mit Lattimore einen extrem starken Corner, aber du hast jetzt mit Gardner-Johnson so ein Hybrid. Bisschen diese Derwin-James-Rolle. Also kann sehr viel machen. Du kannst ihn blitzen lassen. Der hat Slot gespielt und Safety bei Florida und hat gute Coverage-Werte gehabt. Also der kann wirklich verdammt viel machen. Du kannst ihn rumbewegen und kannst ein bisschen verheimlichen, egal wo du ihn hast, was für eine Defense du spielst. Das kann den Saints direkt weiterhelfen. Ich denke, er wird starten. Mal gucken, wie es mit seiner Gesundheit aussieht, aber ey, Saints-Fans, geiler Spieler. Julian Love, Runde 4, Pick 108 zu den Giants, die jetzt zwei der Top-Cornerbacks im Draft sich gesichert haben. Runde 1 ganz am Ende. Sind so nochmal reingetradet, um dann die Andre Baker zu holen. Julian Love hat mich ein bisschen überrascht und da habe ich nochmal drüber nachgedacht und eigentlich ergibt es total Sinn. Du hast mit Janoris Jenkins jemanden im Roster, wo es mich überraschen würde, wenn er Anfang der Saison noch da wäre. Einfach, weil er so viel Cap frisst und du das in einem Rebuild nicht wirklich verkraften kannst oder nicht wirklich brauchst. Es kann sein, dass er da bleibt. Und wenn, dann bin ich mir ziemlich sicher, um ein bisschen Mentor zu sein für die beiden jungen Cornerbacks. Aber Julian Love gefällt mir und vielen anderen Leuten auch am besten im Slot. Fühlt sich wohl im Slot. Gleiche wie mit Janoris Jenkins. Und ist halt deutlich billiger so, ne. Er ist gefallen und das ist halt ein Grund, warum er ein Stil ist oder warum er gefallen ist, warum er erst so spät gedraftet wurde, trotz besseren Talents. Wegen der Geschwindigkeit beim Draft oder beim Combine natürlich für den Draft eine 4-5-4, wenn mich nicht alles täuscht gelaufen. Ist jetzt nicht die Elite-Geschwindigkeit. Es ist auch nicht wirklich unglaublich schlecht, dass man sich jetzt Sorgen machen muss a la T's Tabert zu den Lions damals in der zweiten Runde. Aber das ist so ein bisschen der Grund, warum er runtergefallen ist auf dem Draftboard. Amani Hooker, Runde 4, Pick 116 zu den Titans. Auch der kann direkt mit da hier Kevin Byatt zusammenarbeiten. Du kannst ihn als Safety spielen lassen, du kannst ihn als Slot-Corner bzw. Nickel-Corner reinbringen. Kann viele Sachen machen, gute Coverage-Werte. Also kannst du ihn vielleicht oben lassen, du kannst Kevin Byatt runter in die Box holen, du kannst es umtauschen, das Ganze. Also da sind sie sehr variabel, um vielleicht auch von Spiel zu Spiel ihre Matchups zu ändern, wie es ihnen gefällt. Super Pick und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Luxus-Pick gewesen in dem Moment von wegen, ah, wir haben nicht mehr so viele Needs, wen können wir picken? Amani Hooker eventuell direkt startet. Da muss man gucken, wie das Training-Camp läuft und so weiter. Aber hätte ich auch gedacht, zweite, dritte Runde, bin mir nicht sicher, warum der so weit gefallen ist. Jetzt hier bin ich sauer, Runde 4, Pick 126. Wie kann das passieren, bitte, dass Riley Ridley zu den Bears geht? Eventuell der beste Route-Runner im Draft und das ist eine Frechheit, warum denn? Warum kommt denn so ein Stil jetzt zu den Bears? Ich habe in der vierten Runde, mein Nummer 1 Wunsch war Amani O'Roury in der vierten und mein Nummer 2 Wunsch war Riley Ridley. So, beide nicht gekriegt und Riley Ridley geht dann zu den Bears. Ja, ich mag das nicht. Ich bin sehr überzeugt von dem und die Bears haben, wie gesagt, einen super Route-Runner damit abgegriffen. Jetzt nicht die Elite-Geschwindigkeit, er ist nicht auf dem Level von Kevin Ridley vom Route-Running und eigentlich von gar nichts her. Aber ich glaube, der ist auch wirklich einfach nur runtergefallen, weil er bei Georgia nicht so viel zeigen konnte, weil die halt mit ihrem Running Game so viel gemacht haben und er da nicht gut benutzt wurde. Also ich bin mir sicher, wenn er jetzt nochmal zurückspringen könnte in der Zeit und sich ein anderes College suchen könnte, einfach nur für seine Produktion, dann würde er das vermutlich machen. Natürlich, wenn man ihm jetzt die Option gibt, würde er sagen, nein, Georgia, ich bereue nichts, ich habe so viele Freundschaften gemacht, dies, das, jenes. Aber seien wir mal ehrlich, hätte er in einem anderen College auch gehabt und in einem anderen College hätte er definitiv mehr Production gehabt. Also, für seine NFL-Chancen her wäre es besser gewesen, wenn er bei einem anderen Team gewesen wäre im College. Und ich mag es nicht. Ich mag das absolut nicht, dass er jetzt zu den Bears gegangen ist. Das ärgert mich. Runde 5, Pick 146, Armani O'Rari, das ist einer der größten Überraschungen oder eine der größten Überraschungen vom ganzen Draft und deswegen auch vielleicht einer der größten Steals. Das Ding war, ich bin ja da nur sehr nah dran gewesen, weil der auch auf dem Board schon war, der Lions, oder im Blickfeld der Lions-Fans, sage ich mal, schon vor dem Draft. Viele haben den sich in der zweiten Runde gewünscht. Ich habe von mehreren Leuten gehört, die gesagt haben, wenn wir ihn in der ersten nach irgendeinem runtertraden, also auf 15, 16, 17 picken, dann wäre man nicht sauer drüber, dann wäre man nicht enttäuscht. Und mir ging es ganz ehrlich genauso. Hätten die den auf 15, 16 gepickt, hätte ich gedacht, ja, wir haben ihn. So, in der zweiten Runde war ich so enttäuscht, dass wir den nicht genommen haben, weil ich mir sicher war, dass er von irgendwem anders weggesnackt wurde. In der dritten und vierten exakt das Gleiche und dann in der fünften wäre ich, glaube ich, ausgerastet, wenn er nicht gekommen wäre und dann kam er. Niemand weiß, ich habe noch keine Theorie gehört, außer der eigentlich, ich euch gleich sage, warum er runtergefallen ist auf den ganzen Draftboards. Denn um einen Steal zu kriegen, das muss immer schwieriger sein, als einen Reach zu kriegen. Für einen Reach muss nur ein Team einen Fehler machen, jemanden zu früh picken. Für einen richtigen, ehrlichen Stil, den man sich anguckt und nach zwei, drei Jahren sagt. Oder sagen wir mal Darius Leonard letztes Jahr, das war definitiv ein Stil. Und dafür müssen so viele Teams den Fehler machen, diesen einen Spieler nicht zu picken. Das ist unglaublich. Und mehrere Runden lang haben mehrere Teams oder alle Teams, Armani O'Raria, nicht gepickt. Und ich würde gerne wissen, warum. Die einzige Theorie, die im Raum rumschwirrt, ist, dass er halt nur in einem Jahr Starter war. Und man sich fragt, warum warst du nicht gut genug, um die Jahre vorher zu starten? Obwohl er effektiv als dritter Cornerback gestartet hat, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Mit ein bisschen Glück kann er direkt pushen für den zweiten Outside-Corner-Spot. Aber wir werden sehen, wie er sich im Rookie-Minicamp und in den OTAs und dann im Trainingscamp und sowas schlägt. Aber ich bin unglaublich zufrieden. Wer mich auf Instagram gesehen hat in der Story, der wusste das schon. Mac Wilson, Runde 5, Pick 155, ist weit oben gewesen auf den Linebacker-Boards am Anfang und dann bei vielen Leuten runtergerutscht. Und zwar sehr augenscheinlich, denn er wurde in der fünften Runde gepickt. Bei mir ist er nie so wirklich weit runtergefallen. Ich habe viele Bärmer-Spiele geguckt, einfach weil es Alabama war. Und der gefiel mir immer relativ gut. Es gab ein paar Character-Concerns in Richtung Ruben Foster, nicht so doll. Aber das Talent ist halt auch nicht so da wie bei Ruben Foster. Er ist nicht der Athlet, der Ruben Foster war. Er hat nicht die Instinkte. Aber in meinem Kopf ist er auch nicht weit dahinter. Und ich denke, die Browns werden hier einen guten Linebacker abgegriffen haben in der fünften Runde. Jemand, der nach ein, zwei Jahren definitiv starten kann. Dem du im ersten Jahr schon Snaps geben kannst und sowas. Jeder, der von Bärmer kommt, ist auf dem Spielfeld zumindest diszipliniert. Also grundsolider Pick. Frag mich, wieso der so weit gefallen ist. Nächster Linebacker, nächster Stil, Runde 5, Pick 157. Also kurz dahinter, Black Cashman zu den Jets. Der war ja von vielen von euch, wie ich gesehen habe, ein Favorit. Wo manche auch schon zu mir meinten, ah, der wird am zweiten Tag gepickt in der zweiten Runde. So hoch hätte ich es nicht vermutet. Aber 3, 4 hätte ich spätestens gedacht, dass er bis in 5 gefallen ist. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Obwohl ich nicht so überzeugt von ihm war. Aber weil er von vielen Medienleuten Hype gekriegt hat. Deswegen habe ich mir da auch nochmal Tape angeguckt. Und viele Teams wird wohl ärgern. Sowas, was ich zum Beispiel auf Tape noch nicht wirklich sehe. Dass er zu kurz ist. Dass seine Arme zu kurz sind. Dass er nicht genug Reichweite hat. Aber er ist halt einfach verdammt athletisch für einen Linebacker. Das geht dieses Jahr ein bisschen unter. Weil wir halt die beiden Devins da oben hatten. Die einfach Athletic Freaks waren. Viel zu schnell und sowas für die Position. Aber er hat einen 4, 5er vor der Yarddash gehabt. Das wäre selbst für einen Wide Receiver akzeptabel. Bis gut. Ist schneller als Julian Love zum Beispiel vorhin. Als Cornerback. Also das ist wirklich stark. Damit kann er ein bisschen wieder wettmachen. Dass er halt nicht so groß so lang ist. Und der wird ein guter Linebacker sein bei den Jets. Ich werde halt im Auge behalten, ob er spielt im ersten Jahr. Ich glaube nicht, dass er da allzu viel macht. Wird mehr Special Teams in die Richtung gehen. Aber ansonsten. Der hat Potenzial im Jahr 2, vielleicht 3. Letzter Stil. Runde 6. Pick 206. Calvin Harmon. Ich habe überlegt, ob ich ihn als Stil nehme. Oder Hakim Butler. Letztendlich habe ich mich für Calvin Harmon entschieden. Der später noch gegangen ist. Also sozusagen ein größerer Stil. Denn ich habe sie definitiv im Grade oder in der Note enger zusammen gehabt. Als sie letztendlich auseinander gegangen sind. Ich denke bei beiden, dass sie zu spät gegangen sind. Aber Calvin Harmon zu den Redskins gefällt mir vom Fit her auch ganz gut. Großes, dickes Target für Dwayne Haskins. Die ja mit Terry McLaurin nochmal einen ehemaligen Teamkameraden von Dwayne Haskins geholt haben. Das ist auch ein super Fit. Unglaublich schneller Receiver und so weiter. Aber Calvin Harmon, warum ist der so weit gerutscht an Bord? Athletik fehlt. Das ist genau das gleiche wie bei Hakim Butler. Bei beiden sind aber Contested Catches. Also diese 50-50 Dinger. Wenn du einfach in die Luft wirfst und sagst, okay, ein Cornerback ist da und mein White Receiver. Äh, werfe ich einfach hin. Mein White Receiver ist besser. Da ist er ein super Receiver für. Da ist auch Hakim Butler ein super Receiver für. Er wird nach dem Catch weniger machen als Hakim Butler. Aber ist dafür vielleicht nochmal einen Ticken stärker. Ich denke, er ist als Blocker besser. Und ich weiß ja nicht, ob ein paar Teams vielleicht in ein, zwei Jahren bereuen, dass sie ihn nicht in Runde 4 oder 5 geholt haben. Wo er jetzt in Runde 6 zu den Redskins gefallen ist. Gut, das war es mit meinen Draft-Steals. Wie gesagt, lasst mich wissen, wen ich nicht vergessen habe. Denn manche Leute sagen immer, ah, du hast den und den vergessen. Glaubt mir, ich habe niemanden vergessen. Ich bin alle Namen durchgegangen von allen Spielern, die gedraftet wurden und habe überlegt, ah, nehme ich den rein in die Liste, nehme ich den nicht rein in die Liste. Ich hatte, glaube ich, 40 Leute oder so, wo ich gesagt habe, boah, ich hätte schwören können, die gehen höher weg. Aber ich habe mich dann auf diese, ich glaube, 12 waren es jetzt irgendwo in dem Dreh, beschränkt und habe die 12 reingenommen. Also lasst mich wissen, was für euch noch Steals sind, weitere, die ich nicht in dem Video drin hatte. Ah, meine Akkus alle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr noch ein Like da lassen könntet. Und wenn ihr neue Seiten nicht mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.